Das dritte Mal beim SCP-G-Schulentraining und ich komme so gut voran durch das Training. Bin allerdings auch noch in einer anderen G-Schule, aber ich komme jetzt so gut voran und will machen, was ich kann. Ich finde es so toll, dass es ein Angebot hier beim SCP gibt, dass ich sowas machen kann. Kostbar ein bisschen was, aber ich versuche das von der Krankenkasse wieder rein zu holen. Jetzt sind wir von Prothesen eingekreist hier. Du fühlst dich wohl hier bei uns und machst auch nach und nach Fortschritte. Das ist ja auch das genau, was wir erreichen wollen. Das ist gar nicht mal die Masse, die Vielzahl der Teilnehmer, sondern die Teilnehmer selbst, die das Gefühl haben, dass sie hier Tag für Tag, also bei jeder Übung, bei jeder Stunde, die sie daran teilnehmen, besser werden und durch die Verbesserung auch motiviert sind, das im Alltag noch umzusetzen. Weil der Alltag holt uns ja alle. Der holt uns alle. Und darin müssen wir zurechtkommen. Und um das besser zu koordinieren, machen wir das hier. Und ich sage mal, wir wollen keinen Schönheitspreis gewinnen im schönen Gehen, sondern wir wollen gesund bleiben. Und wir wollen Spaß am Leben haben. Und wir wollen mit dem Handicap, was wir haben, im Leben gut klarkommen, oder? Ja, genau. Ich mache das, weil wenn ich nicht daran arbeiten würde, würde ich ja unbeweglicher werden. Meine Wampel würde immer mehr werden. Das möchte ich nicht. Ich möchte irgendwie sportlich aktiv werden und hier beim SC Pottmüll auch Tischtennis ausprobieren. Oder was hast du gesagt? Gehfußball? Ja. Gibt es auch irgendwie... Walking Football. Walking Football. Genau. Und ich hoffe, dass noch mehr Angebote vielleicht sich vergeben. Also, wir haben ja auch noch in Planung, dass wir zum Beispiel am Tegelspark, die nächsten Part wäre dann in der Leichtathletik, dass wir mal Sperrwerfen probiert, was ja mit der Prothese da möglich ist. Wurfball, Diskuswerfen. Was mein Wunsch wäre, als Behinderter ist, weil ich ja an sich ist für mich, ich würde gerne schwimmen auch. Und was ich cool finden würde, wenn es in so einem Sportverein ein Angebot gäbe, dass ich am Behinderten Tischtennis teilnehmen kann, am Behinderten Skitfußball oder Walkingfußball und schwimmen gehen kann, ohne dass ich für alle Sparten irgendwie und dass man einigermaßen klarkommt mit dem Beitrag. Aber ich werde das so checken. Vielleicht ist es auch so gar nicht so viel. Ich weiß nicht, wie die Beiträge sind. Ich bin, glaube ich, mit 16 hier aus dem Fußballverein ausgetreten. Okay. Ja, wie gesagt, das sind ja Sachen wie, das sind ja Möglichkeiten, die es auf jeden Fall gibt hier. Ja, ich sag mal, du bist natürlich Multitasking, das heißt, du möchtest sehr, sehr viele verschiedene Sachen machen. Aber ich sag mal, am besten immer Fahrradfahren natürlich auch. Fahrradfahren, ja gut, das können wir auch hier so im Rahmen der G-Schule machen. Das lernst du hier, dass du hier mal ein bisschen fährst. Aber das kommt in die nächste Übung. Für mich ist es auch wichtig, dass du das Gefühl hast, in der G-Schule dein Ziel zu erfassen und das zu schaffen, was du dir vorgenommen hast. Auf jeden Fall. Dass ich dir dabei helfen kann, das ist für mich das Wichtigste. Sehr cool, ja. Mir bringt es wirklich Spaß. Und hier in der ersten Stunde hätte ich hier nicht zu lange stehen können. Nicht wieder mich zum G-Wagen auf dem Sitz bewegen müssen. Also wie gesagt, es geht voran. Es geht voran. Es geht voran. Wir wollen, wir wollen was erreichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017